Es ist ganz genau 14.01 Uhr, als hier in der Red Bull Arena Leipzig der Anstoß von Karl Valentin töts. Acht Leute orientieren sich alle nach vorn. Hohleder gewinnt das Kopfballduell. Das ist Matthias Moritz und das ist Fran und das ist das Tor. 1-0 für Leipzig. Wie schnell ging denn das? Ein Spielzug, den sie so oft probiert haben. Immer wieder im Training, fast zu jedem Spiel. Starten sie mit diesem Spielzug und jetzt klappt er. Hohleder gewinnt das Kopfballduell. Dann ein bisschen Glück, dass Moritz da den Ball so herrlich spitzeln kann. Und Fran kickt rein. Das sechste Saisontor für den Stürmer und Kapitän von RB Leipzig.